Herzlich willkommen zum diesjährigen Banking Check Award. Bereits zum zweiten Mal wird der Banking Check Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4000 Bewertungen abgegeben und ihrer Bank zu einem der Banking Check Awards verholfen. Ich glaube eine große Innovation ist sicherlich über alle Kanäle erreichbar zu sein. Der Platz 1 für das beste Tagesgeldkonto 2013 geht an die Renault Bank direkt. Herzlichen Glückwunsch! Und von rechts kommt dann auch schon der Preis. Wenn Sie sich vielleicht einmal hier vorstellen, dann können wir gleich auch noch ein schönes Foto machen. Genau, vielleicht sage ich noch ein paar Worte dazu. Die Renault Bank direkt, ja vor einem knappen halben Jahr erst gestartet, mit einer Gesamtbewertung von 5,8 von 6. Beim Tagesgeld konnte sie den ersten Platz erzielen. Ja, herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank! Ja, und wir kommen jetzt gleich direkt danach im Anschluss und Sie werden sich vielleicht wundern, warum, aber wir kommen jetzt gleich zum ersten Platz für die beste Direktbank. Und zwar folgt jetzt die Auflösung, denn dieser Preis geht an die Renault Bank direkt. Und ich darf noch einmal Herrn Hahne nach vorne bitten. Herzlichen Glückwunsch nochmal! Danke nochmal! Freue ich mich außerordentlich! Möchten Sie kurz dazu etwas sagen? Ja, kann ich machen, genau. Also die Renault Bank, wieder 5,9 von 6 Punkten. Hervorragendes Ergebnis, hat sehr viele Bewertungen eingesammelt und ich beglückwünsche Sie recht herzlich. Vielen Dank! In Klammern muss ich noch mal kurz dazufügen, es ist jetzt eine Ausnahme, die wir gemacht haben. Also wir haben jetzt quasi sozusagen Herrn Hahne vorgezogen, denn Herr Hahne hat noch einen sehr langen Weg vor sich und muss, glaube ich, leider ein bisschen früher uns verlassen heute. Den Geburtstag meiner Tochter morgen früh. Der muss natürlich gebührend vorbereitet werden, dafür wünschen wir ihm eine gute Heimreise. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking Check Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten Banking Check Award in 2014. Wir freuen uns auf den nächsten Mal.